Ich brauche alle kosmischen Steine, die ich kriegen kann. Meine Arbeit macht Fortschritte. Macht schneller. Und darauf werde ich reduziert, mich für meine Pläne auf jämmerliche, sterbliche Kreaturen zu verlassen, auch wenn er einen Kohlenthron und ein Metallgesicht hat. Direktor Fury, Reed Richards ist hier. Mr. Fantastic persönlich, gibt's Erkenntnisse zu diesem kosmischen Stein, den ich geschickt habe? Ich brauche Hilfe. Ist Tony Stark da? Der arbeitet an etwas anderem. Ich habe noch einen Avenger hier. Ich bin eigentlich der erste Avenger, Sir. Hast du Erfahrung mit theoretischer Quantenmechanik und exotischen Energiequellen auf Nanobasis? Äh, ich hatte eine Eins plus in Geschichte. Uns wurde bestätigt, dass noch mehr dieser Steine im offenen Meer niedergegangen sind. Hill, ich brauche ein Shield-Forschungs-U-Boot, um die kosmischen Steine einzusammeln. Cap, du und Reed Richards, ihr begebt euch zum Baxter Building und helft, wo ihr könnt. Ich kann dir mal ein paar Kriegsanleihen verkaufen. Hill, noch was Wichtiges. Mittagessen. Ich nehme Shawarma. Stark kennt einen guten Laden. Ich hoffe, wer ist das. Das ist das. Ja. Ich kann dir das. beim Baxter-Building, und zwar pronto. Direktor Fury möchte so viele Informationen über diese kosmischen Steine wie nur möglich. Die Baxter-Building-Building-Building Die Baxter-Building-Building-Building wegen der Bitcoins Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Zerstört sie, Octobots! Mich halten diese unbedeutenden Kreatoren nicht auf. Gib auf, Octavius. Der lange Arm des Gesetzes wird nicht sinnvoll. Der Octobots! Schnapp ihn! Damit kommst du nicht davon, Dr. Octopus. Remove! Ist gar nicht weiss! Das war's für heute. Oh, oh, oh. Was ist das? Ja, ja, ja. Das war's für heute. Ein beeindruckendes Labor, Dr. Richards, für einen Mann von minderwertigem Interesse. Ich werde jetzt gehen. Auf Wiedersehen, ihr mittelmäßigen Helm. Er geht aufs Dach. Los, ihm nachkehren. Er geht aufs Dach. Er geht aufs Dach. Das war's für heute. 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 Achtung. Das war's für heute. 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 Vorsicht, dr. Das war's für heute. Das war's für heute. Was? Was macht ihr? Oh, Octopus? Das war's für heute. 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 Hey, Das war's für heute. 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 war's für heute. Meine Arme, Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Hey, das war's für heute.